Deutschland Das Dream Team ist back Star Gamer 2009 X-Pro Kills Alter es gibt kein Battle Wir wollen Krieg Es gibt kein Krieg Es gibt nur Den totalen Krieg Mann ich battle battle dich jetzt hier so weg Wie dieser Vettel Vettel alle anderen Ich glaub ich bin ein Spinn Was es gäbe Du es weißt es ist zu spät Du weißt ich bin da und ich sieke Also red red nicht um den heißen Brei Rumrum du bist doch dumm dumm Deshalb bist du stumm 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 So Ja es geht und willkommen Zurück zu Let's Play Ney Let's Battle Need for Speed Hot Pursuit Mit X-Pro Kills Yo Ja eigentlich kennt man das schon Aber ist ja scheißegal Mal wieder ne längere Pause Aber Naja Jetzt endlich kommt's doch noch Das Projekt Es ist nicht tot So viel sei gesagt So wir sind hier Wir machen mal wieder als erstes ein Rennen In der Exoten Serie So Ja und ich hoffe Die Salt-Einstellungen sind richtig Aber ich denke schon Was nimmst du für ein Auto? Hm Bugatti Also kein Bugatti Sondern ähm Lamborghini Der Cheetah nimmt Bugatti in der Exoten Serie Ja ich bin aber Cheetah hier Du Hacker Nein So Mal wieder nach einem Monat oder so Mal wieder fahren Und essen müde Laden Also Los geht's Ey du hast schon aufgehört es zu spielen Und bist noch nicht mal Stufe 20 gekommen Das ist Irgendwie Ah Jetzt will er mich wieder ran ne Ah nix ist Junge nix ist Ah Ah scheiße ey So erster Platz Immer die Immer dieselbe Cheetah Taktik ne Weltprofi man Mal gucken ob hier wieder Grafikfehler bei mir kommen Aber bisher sind noch keine da Bei mir auch nicht Und da hab ich dich überholt Oh ich muss echt wieder reinkommen alter Ich kann gar nicht mehr spielen Ich auch nicht Und dann macht er gleich hier die Exoten Serie ey Oh die Abkürzung die es am meisten bringt Ja Noch genommen Und ich bin 16 Sekunden schon vor dir What the fuck Nein 5 Sekunden Ja jetzt Weil ich abgebremst hab Weil ich in die Abkürzung rein wollte 6 Sekunden ist nur noch geil Scheiß Gummiband-Effekt ey 6 mal 1 Okay aber keine Grafikfehler Das find ich doch Schön Au Jetzt ist nur noch 4 Komm zu Papa Der Standardsatz Wir mussten jedes Mal ins Battle rein Und vor dem Pfad werde ich Wieder ein Ein Unser Gangster Intro machen hier Yeah Gangster Ja man Oh der ist ja direkt hinter mir Scheiße Scheiße ey Da ist er ja Hab ich gar nicht Und wir sehen uns Gesehen Oh Haha Tschüss ne Ach komm Fräulein Komm zurück What Hör auf in meinen Windschatten zu fahren Näh 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 Geh weg Haha Da wollte mich ran Aber hat's nicht geschafft Und die fliegen Vögel rum Töte Vogel Was töte Vogel Töte Vogel Achso Ich hab schon gedacht so Neues Missionsziel Töte Vogel Ah Wow Haha Wow Mir ist gleich fast ein Auto von den Kühler gelaufen Mir auch Junge Es war genau dasselbe Auto bestimmt War's auch So noch 3,5 Kilometer Aber es ist spannend Du wurdest schon besser oder ich wurde schlechter Das kann natürlich auch sein Jo Und ich werd zwar grad ein bisschen in Skype angeschrieben Obwohl ich als offline angezeigt bin Aber egal Was los Day Serene Was Day Serene Und da kommen die Grafikfehler natürlich wieder Ne Es ist so Klar Wie grad aussieht Steht's grad leicht für mich 1,0 Ja Scheiße Scheiße Scheiß Skype Ich verflure denjenigen Das bestimmt diese Solche Namen sagen Ja doch Dead time Nein Diese Jesse Die Nee X3 Die X3 Die X3 Jessica Ja 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 Die von YouTube Ja toll Die Jessica von YouTube Die kennt jeder Ja Was machen wir jetzt Hot Pesuit oder Interceptor Mir egal Interceptor Exoten wieder Super Scheiße ey 1,0 für dich Geverskop als erstes Ich Komm Ja komm Der Verlierer immer zuerst Die Fresse ey Jetzt gebe ich schon mal Jetzt gebe ich schön an Ey da hat er einmal gewonnen und schon Zack Wurde zum Lino Ich bin Eisgast So aber als Kopf gebe ich dir jetzt Ja Wie du im Bett Hä Verstehst du den Satz nicht Als Kopf gebe ich dir jetzt Wie ich im Bett Hä Das ist doch keinen Sinn Das heißt du bist wie im Bett So schlecht als Kopf So gut Junge So schlecht So gut Im Bett kriegst du ja auch kein Hoch Was ist los mit Michi Wieso kommt nicht mehr Skype an Ach Michi kann nix Hast du schon mal gegen den Nifu Speed gespielt ey Äh Ey der kann echt nix Gar nix So jetzt mit Waffen hier Jetzt wird gebattelt Es geht jetzt richtig los hier Komm her Das ist Interceptor Ja das ist Interceptor So heißen So heißen Cat Fan Nö Oh Scheiße ey Ja Baby Schon wieder dasselbe ey Du fährst von Auto und ich denk Du gehst rein dann ne Ach komm Mr. Fly gibt dir jetzt mal wieder So Verstanden Straßensperren erhalten direkt vor euch in Stellung Ein paar kleinere Grafikfehler aber es wird schon wieder Verdammt Was ist denn los Kleiner Jaja der Kleine gibt dir Ich wiederhole Nagelbänder sind genehmigt over Oh der macht er wieder hier Störsender Obwohl er genau da vorne ist Genau da Genau da Genau da Genau Da Nein Im letzten Moment ne Verdammt Bam Noch eine mitgegeben Wie viel HP noch Ich hab noch voll wenig Ich hab noch so Fast ein bisschen mehr als die Hälfte